Guten Abend Leute, willkommen zurück in einem heutigen Apartment bei Silent Hill 2. Ich habe die beiden Kreaturen unten gelegt und mich schon mal auf zum zweiten Stock gemacht. Wo wir den Korridorschlüssel gefunden haben. Aber jetzt fällt mir gerade ein, das müsste ja Hauptquest sein, richtig? Lass mal kurz gucken, was unten noch so geht, weil da waren ja die beiden Viecher. Das war ja plötzlich einfach auf das Gatter. Ich habe bei so einem Spiel immer Angst, dass sie nicht zurückkommen. So, hier liegen sie beide. Auch richtig solide geklärt wieder. Guck mal, hier ist noch ein Foto. Valentinstag. Die vier. So viele Menschen. Überlege ich gerade, ob diese Bilder Sinn machen, ob die einen Zusammenhang haben. Oh, hier hat ein älteres Paar gewohnt. Aber wenn wir nicht, wie klein die Wohnräume sind. Ich meine, es stimmt sicherlich völlig ausreichend. Aber das ist nicht viel, ne? Ah, guck mal, hier ist schon Schluss. Alles klar. Jut. Ich habe auch schon wieder vergessen, für welches Apartment wir auch noch einen Extraschlüssel brauchten. Also, ich habe schon 50 Türen versucht, aufzumachen. Aber, das ist so, ne? Du musst alles prüfen. Das ist der Hof, den wir von unten waren. Vorhin ist ja gut, letzte Folge. Aha. Ja, ja, ja. Waschzimmer. Was ist der Müllschacht hier? Nee, was hast du jetzt vor? Ah, unsere erste Münze. Da brauchen wir anscheinend. Entweder müssen wir den Müllschacht reparieren. Ich hätte ja versucht, mit irgendwas langen hoch zu angeln. Ja, noch Kram. Hier ist ja eigentlich. Komm, hol dein Schwert raus, Junge. Oh. Oh. Was ist hier? So eine Stelle hatten wir schon mal, ne? Hier stand irgendwas. Kann man dagegen hauen, oder was? Nee, ne? Dass wir hier unten noch nichts besseres gefunden haben, als dieses halbmorgische Nagelbrett. Aufgrund laufender Renovierungsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Das sieht das im Schloss aus, was man aufschießen muss, ne? Und anfassen. Ja. Und anfassen. Okay, also, vermutlich, oh. Mit Einkaufswagen in der Wohnung. Ach, nicht euer Ernst. Die liegt ja einfach so rum. Halte zum Zielen. Drücke zum Schießen. Wie wechsle ich auf meinen liebevollen Knüppel? Aber muss ich wirklich immer so machen? Nee. Aber warum komme ich jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Schnelltasten? Okay. Wenn ich meine Knarre jetzt brauche. Äh. Macht jetzt noch nicht so richtig Sinn. Na gut. Ach, er hat hier wirklich einfach nur auf eine Holzwand geschossen. Alter, wie stumpf musst du denn sein? Aber, also, er hat richtig was versucht. Naja, er hat hier wirklich einfach nur als... Wow. Als Trainingsgebiet benutzt. Oh, oh. So feuert er die Ohr ab? Nee. Ah, okay. Dann geht's ja. Okay. Das fühlt sich aber noch eng alle an. Okay. Na ja, der ist eng können. Können wir schon sehen. Ich gehe einfach raus. Wünsche Ihnen schönen Abend, junge Frau. Ach, sie hat den Schlüssel dahin gelegt. Wird ja bestimmt das nicht ausmachen. Oh, ich glaube, das ist das Apartment. Von dem ich sprach. Ja, lass uns weiter gucken. Oder sie. Das war ja die Wohnung der alten Leute, ne? So. Kurzes Erinnerungs-Update. Ob ist das hier so duksam, Mann? Okay. Kein Erinnerungs-Update. Schlüssel schon. Rinnengesteckt wurde hingehört. Ah, okay. Also der Typ hat einfach nicht in seiner eigenen Wohnung trainiert. Er ist in die Etage, die ein Bucke dahin gehen sollte. Weil Renovierungsarbeiten. Da hat er geschossen und die Knarre gehabt. Deswegen war in seiner Wohnung nichts zu finden. Wo krebs sind wir drum? Wimper. Was macht dich? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? mit mir spielen Oh ja, gekühlte Munition Kryo-Geschosse Komm schon Ich hab bisher eh einen Schuss ab hier Der war richtig sinnlos Das lag Shit Ein bisschen kurz, da das geht Das ist, wo von hier kam ich Ja Man, in diesen engen Korridoren, ne Das ist echt unglücklich Headshot Was ist das hier für ein Scheider Ah, ne Abkürzung, okay Ja, das hätte, das Also hier hätte ich auch aufgegeben Aber es hat aber schon geholfen, gerade mit der Pistole Das ging wesentlich schneller Ja Ja Ja, das ist ein Laf, ey. Er musste da unbedingt rüber. Welcome home. Oh. Oh, der Kuchen wurde nicht mehr angerührt. Kannst du den Pistolenkugeln bitte ins Wohnzimmerregal packen? Zeugt von aktivem Einsatz. Keine richtige Hingebung. Keine richtige Hingebung. Keine richtige Hingebung. Ein kurzer Shot. Oh, keine Ahnung, wo ich die drauf bin. Ich hab aber, tut mir immer richtig gut. Fangen wir hier schon? Ne. Guck mal, hier brauch ich immer den Apfel. Warte mal hier. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das stimmt nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein. Und ich werde wieder hier sein und zusehen. Oh, das ist ein kleiner Wand-Safe. Oho. Ja. Was ist das hier? Will man da rennen? Scheiße. Ich bin jetzt echt in so einer Zelle fest. Scheiße, Alter. Aber kann er hier ein bisschen laufen? Nein. Boah! Hier ist eine Sieben. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung rührt ins Fegefeuer. Ich hab's aufbekommen, aber... Nee. Nee. Nee, einfach nur nee. Schwert. Und Schlüssel. Also es war schon... Mit den drei Zahlen, ne? Aber wie du das... Ey, keine Ahnung. Ich hab tausendmal Sachen probiert. Das war ja... Das war ja... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das war ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Ahnung. Ah, guck mal, das ist für das Renovierungszimmer. Ah, guck mal. Pinnick. 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 Ah, okay. Jetzt ist diese Tür auf. Okay. So, und hier ging es nochmal runter, als Abkürzung. Wie sind wir denn da hingekommen? Ach, na klar, hier ist jetzt alles zu. Ah, okay. Boah, ein magisches Schloss. Ach, wie geil, speichern. Irgendwer hustet ja hart. Hm. Okay. 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 Ja. ah ok die beine ja man also ja wenn sie aber nichts anderes aber die beine schießt auf die beine wird nur so ein shopkeeper wo ich so ein bisschen mein zeug verkaufen kann war für den verschwendeten schuss ok ich weiß dass hier etwas ist ich weiß ich kann es spüren alles als sie ganz normal aus aber es ist nicht ist es nicht tief unten da präsidiert etwas versucht her vor zu Doch es macht schon spaß Ich habe mir gedacht die kommen aber ich glaube nicht dass das passiert wenn du irgendwas liest oder so Ich möchte mir das aufrechterhalten So Leute wir machen hier aber Feierabend Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill wieder haut rein